So, da wären wir wieder. Ich über den schicken Elan hier immer noch früh. 3 viertel, 3. Wir wollen ja jetzt, ja ist ja gut. Ja, guck dich in Ruhe um. Weil du hast ja sowieso nichts zu tun außer zu überleben. Durch den hohen Schnee, durch den Wind. So, wir wollen jetzt Lagerheitsuntersuchung. Bewege dich bloß nicht schneller. Es ist kalt. Nichts. So, wir müssen... Ach du Scheiße. Karte hilft uns jetzt momentan nicht weiter. Also einfach mit Blit ins Leere laufen. Das funktioniert schon. Auch wenn jetzt nicht viel passiert. Achso, ich wollte ja noch nachgucken mit den Fähigkeiten hier. Was ist denn weg? Das hier ist weg. So, jetzt haben wir nämlich nur einen schicken neuen Fähigkeitsbaum. Nennt sich Inquisitor. Und da haben wir noch Zusammenarbeit. Die Gruppe gewinnt durch erfolgreiche Fähigkeiten-Kombos. Aha. Besseren Fokus-Rück-Rückgewinnung. Was war das denn jetzt, ja? Aber, was mir auch entfällt, wir können ja noch... Ne, können wir nicht. Tränke nehmen wir jetzt grad nicht. Und dann müssen wir mit denen live rumrennen. Das ist eine scheiß Eintagsfliege vor meiner Nase. Na, ist dir kalt? Schöpfe neue Hoffnung. Du, das wird hier aber ziemlich schwer mit neuer Hoffnung schöpfen. Wenn das hier so aussieht, wie es aussieht. Aha, da! Licht! Da sieht's warm aus. Wo kommen die denn jetzt her? Wo waren eigentlich die Magier bei dem Angriff? Das frag ich mich. Wir haben die doch nicht umsonst gerettet. Eurer Meinung nach sagen, das hier ist nicht das, warum wir sie gebeten haben. Wir können nicht einfach darüber hinweggehen. Wir müssen eine Möglichkeit finden. Und wer bitteschön hat euch das Kommando übertragen? Wenn wir keine Einigkeit erzielen, haben wir gar nichts. Bitte, lass uns doch vernünftig sein. Ohne die Strukturen der Inquisition sind wir aufgeschmissen. Ja, aber sie entstehen nun mal nicht von allein. Das hat sie auch nicht behauptet. Es reicht. Das alles führt doch zu nichts. Nun, zumindest darin sind wir uns einig. Psst, ihr müsst euch ausruhen. Das geht schon seit Stunden so. Dank euch können sie sich diesen Luxus leisten. Der Feind konnte uns nicht folgen. Und wenn wir Zeit für Zweifel haben, suchen wir nach Schuldigen. Solche Streitigkeiten können uns ebenso gefährlich werden wie Corypheus. Woher wissen die denn das? Die waren doch überhaupt nicht dabei. Wissen wir, wo Corypheus und seine Truppen sind? Wir sind uns nicht einmal sicher, wo wir sind. Vermutlich ist das auch der Grund, warum er uns trotz seiner verbliebenen Truppen noch nicht gefunden hat. Entweder das, oder er hält euch für tot. Oder er denkt, ohne Häfen wären wir verloren. Oder er rüstet sich für einen weiteren Angriff. Ich weiß nicht, was diese Kreatur denkt. Ich weiß nur, welche Auswirkungen sie auf uns hat. Ich weiß schon, was er will. Er will ein Gott werden. Zumindest hat er das behauptet. Schreiereien helfen uns nicht, das stimmt allerdings. Das einzige, was uns ihr Geschrei einbringt, sind noch mehr Kopfschmerzen. Das wissen sie. Aber unsere Lage, eure Lage, ist kompliziert. Unsere Anführer tun sich schwer mit dem, was wir Überlebenden mit angesehen haben. Wir sahen unsere Beschützerin standhalten und fallen. Dann sahen wir, wie sie zu uns zurückkehrte. Je mehr uns der Feind überragt, desto wundersamer erscheinen eure Taten. Und desto vorherbestimmter die uns auferlegten Prüfungen. Es ist schwer zu akzeptieren, nicht wahr? Was zu ertragen wir berufen sind. Was wir womöglich glauben müssen. Fanatischer Glaube ist schuld. Nachforschen, ich glaube noch immer nicht. Ich glaube, aber genügt das. Es ist die reitende Zeitverscheinung. Glauben reicht nicht aus. So. Ich bin der Lawine entgangen. Mag sein, dass es knapp war, aber ich bin nicht gestorben. Natürlich nicht, denn die Toten können nicht von jenseits des Schleiers zurückkehren. Aber die Leute wissen, was sie gesehen haben. Oder was sie sehen mussten. Der Erbauer zeigt sich sowohl im Augenblick, als auch darin, wie man sich an ihn erinnert. Können wir uns wirklich sicher sein, dass wir keinen himmlischen Beistand haben? Ja. 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 Wenn er diesen Ort betreten hat, wurde er von ihm innerlich und äußerlich verändert. Die Lebenden sind nicht für diese Reise bestimmt. Vielleicht gibt es Lügen, die er sich selbst erzählen muss, anstatt zu akzeptieren, dass der Erbauer ihn nun verachtet. Ich könnte dieses Wissen nicht ertragen. Hm. Das hier ist zwar in der Zeit wahrscheinlich. Ich glaube immer noch nicht. Hm. Ich glaub's immer noch nicht. Weder beim Konklave noch in Haven habe ich irgendeinen göttlichen Beistand gespürt. Den anstehenden Kampf muss ich wohl allein führen. Wir lassen uns nicht, dass wir uns nicht ausgleichen können. Und wenn wir uns, wenn wir uns uns jetzt heben, dass wir uns hierher alle einigern, woher und was uns nicht geplant haben dürfen? Wir freuen uns über Ch應. Steal your heart, the dawn will come The night is long, and the path is dark Look to the sky, for one day soon The dawn will come The shepherd's lost, and his home is full Keep to the stars, the dawn will come The night is long, and the path is dark Look to the sky, for one day soon The dawn will come Bear your name, and raise it high Stand your ground, the dawn will come The night is long, and the path is dark Look to the sky, for one day soon The dawn will come Oh, geklaut von Herr der Ringer Es mag sein, dass ihr euren Glauben erst noch finden müsst Sie jedoch haben ihn bereits gefunden Auf ein Wort? Eine weise Frau, deren Worten man Beachtung schenken sollte Ihresgleichen weiß um die Momente, die Einigkeit schaffen oder sie zerstören können Die Kugel, die Korypheus bei sich trug, die Macht, die er gegen euch eingesetzt hat, ist elfisch Ich weiß nicht, wie er sie erlangte, aber das spielt doch keine Rolle Sie ist von meinem Volk und im Besitz eures Feindes Im Moment weiß ich weder, wie Korypheus überlebt hat, noch wie die Leute reagieren, wenn sie herausfinden, woher die Kugel stammt Woher wisst er das? Weil er hat eigentlich die Kugel gar nicht sehen können Na schön, was ist sie und woher wisst ihr davon? Sie waren Fokusse, die dazu dienten, uralte Magie zu kanalisieren Ich hab derartige Dinge im Nichts gesehen, alte Erinnerungen an noch ältere Magie Korypheus glaubt, sie stamme aus Tevinter, doch die Magie seines Reiches wurde durch mein Volk begründet Ob wissentlich oder nicht, es stellt eine Gefahr für unser Bündnis dar Im Moment geht es nur allein darum, hier nicht zu erfrieren Darin sind wir uns einig und ich habe womöglich eine Lösung Aber eine nicht sehr komfortable Lösung Korypheus hat die Inquisition durch seinen Angriff verändert Er hat euch verändert Kundschaftet den Norden aus, führt sie Es gibt einen Ort, der auf eine Streitmacht wartet Ein Ort, an dem die Inquisition etwas aufbauen, an dem sie wachsen kann Auch das ist ein Gerät Der Prior baked in die Inquisition Drinsback Mr Tarn Allein die Tatsache, dass das Ding Löcher im Dach hat, und zwar nicht gerade kleine, und ich sage, das könnte ein wenig schwer werden. Schon wieder eine Unterwäsche. Aber den Helm behält sie immer auf. Sehr komisch, bezüglich der Bemalung. Täglich kommt mehr Landvolk aus den umliegenden Ansiedlungen hierher. Die Himmelsfeste wird zur Pilgerstätte. Das ist ein baulichen Zustand. Wenn die Nachricht diese Leute erreicht hat, weiß auch der Älteste Bescheid. Wir haben die nötigen Mauern und Männer, um uns hier zu halten, aber diese Bedrohung ist weit größer als der Krieg, den wir erwartet hatten. Allerdings wissen wir jetzt, wie ihr Korypheus standhalten konntet und was ihn zu euch geführt hat. Ist doch egal, das ist verrückt, die Inquisition. Er wollte den Anker, fangt nicht schon wieder damit an. Er ist deshalb gekommen, und jetzt nützt es ihm nichts mehr, also will er mich totsehen. Ganz einfach. Der Anker hat Macht, aber er ist nicht der Grund, warum ihr noch hier seid. Eure Entscheidungen ermöglichten uns, den Himmel zu heilen. Dank eurer Entschlossenheit haben wir Haven überlebt. Ihr seid wegen dem, was ihr getan habt, die Rivalen dieser Kreatur, und das wissen wir, wir alle. Die Inquisition braucht eine Anführerin. Jemanden, der sie längst anführt. Ja, ich würde aber was Komfortableres nehmen, wie Dolche. Da ist ein Langschwert nicht unbedingt das Optimalste. Ich fühle mich geehrt, ich bin aber kein Mensch. Ich will das nicht, ich bin nicht auserwählt. Seid ihr verrückt? Die Leute erwarten einen Erlöser, jemanden mit göttlicher Macht. Sie wollen euch, weil sie denken, ich wurde auserwählt. Sie denken wegen eurer Taten. Ihr wurdet auserwählt, verehren euch für das, was ihr in uns allen geweckt habt. Ohne euch gäbe es keine Inquisition. Wie und wohin ihr uns führen werdet, liegt allein bei euch. Ich werde euch gegen Korypheus in die Schlacht führen und eure Botschafterin sein. Ich bin eine Kunari, die Seydas verkörpert. Die Inquisition steht für alle. Wohin ihr uns auch führt. Wurden unsere Leute informiert? Ja, und bald wird es die ganze Welt wissen. Kommandant, werden sie uns folgen! Inquisition, folgt ihr uns! Werdet ihr kämpfen! Werden wir triumphieren! Eure Anführerin! Euer Herold! Euer Inquisitor! Eure Anführerin! Oh, das sieht nach einem Haufen Arbeit aus. Hier beginnt es also. Das ist eine der Gebruchbude. Es begann auf dem Hof. Hier lassen wir dem Versprechen Taten folgen. Aber was sollen wir tun? Wir wissen nichts über diesen Korypheos, abgesehen davon, dass er euer Mahl wollte. Korypheos will Tevinter wiederherstellen. Ist das der Auftakt eines Krieges mit dem Reich? Ich habe das Gefühl, dass wir es hier eher mit Fanatikern zu tun haben, als mit der Vorhut einer echten Invasion. Tevinter ist nicht das Reich, das es vor tausend Jahren war. Was Korypheos wiederherstellen will, existiert längst nicht mehr. Dennoch bin ich mir sicher, dass niemand im Reich auch nur eine Träne vergießen würde, wenn der Süden ins Chaos stürzt. Das glaube ich auch. Korypheos sagte, er wolle die schwarze Stadt betreten. Er sagte, das würde ihn zu einem Gott machen. Er ist bereit, diese Welt zu zerstören, um die nächste zu erreichen. Es spielt also keine Rolle, ob er sich irrt. Und wenn er sich nicht irrt, was, wenn er irgendeinen anderen Weg ins Nichts findet? Dann erlangt er entweder die Macht, nach der er strebt, oder er stürzt uns alle ins Verderben. Könnte sein Drache tatsächlich ein Erzdämon sein? Was würde das bedeuten? Den Beginn einer neuen Verderbnis. Wir haben abgesehen von Korypheos selbst keine andere dunkle Brut gesehen. Vielleicht ist er ja gar kein Erzdämon, sondern etwas anderes. Was auch immer er sein mag, er ist gefährlich. Die Kontrolle über eine derartige Kreatur verschafft Korypheos einen gewaltigen Vorteil. Es muss da draußen doch jemanden geben, der irgendetwas über Korypheos weiß. Ich fürchte, abgesehen von denjenigen, die ihn in der Schlacht gesehen haben, werden die meisten nicht einmal glauben, dass er überhaupt existiert. Wir füllen auf Annipern ein. Wir wissen, was Korypheos als nächstes vorhat. In dieser merkwürdigen Zukunft, die ihr erlebt habt, wurde Kaiserin Selen ermordet. Stellt euch nur vor, welches Chaos ihr Tod verursachen würde. Mit seiner Armee. Einer Armee, die er, wenn man der Zukunft Glauben schenkt, noch durch eine gewaltige Dämonenstreitmacht verstärken wird. Gott hin oder her. Korypheos könnte den gesamten Süden von Thedas erobern. Ich würde mich deutlich besser fühlen, wenn wir mehr darüber wüssten, mit was wir es hier zu tun haben. Ich kenne jemanden, der uns dabei helfen kann. Die allgemeine Begeisterung hat auch meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen, also habe ich einem alten Freund eine Nachricht geschickt. Er hatte schon mal das Vergnügen mit Korypheos und weiß vielleicht mehr über seine Pläne. Er kann uns sicher helfen. Ja, ich verrate nicht, wer es ist, aber ich weiß, wer es ist. Ich will nicht, dass ihr in meinem Namen irgendetwas versprecht, Varric. Ich löse eher Versprechen ein, die ich längst gegeben habe. Tatsache ist jedenfalls, dass auf den Wehrgängen Hilfe auf euch wartet. Glaubt mir, die Sache ist kompliziert. Also schön. Wir sind bereit, uns mit beiden Angelegenheiten zu befassen. Wir erwarten eure Befehle, Inquisitor. Ich weiß nur eines. Falls Varric gerufen hat, wenn ich denke, den er gerufen hat, bringt Cassandra ihn um. Das glaube ich allerdings auch. Denn er hat der Felsenheft. Das soll die Inquisition sein? Eine staubige alte Ruine voller abgehalfter Soldaten. Oh ja. Das ist sehr beeindruckend. Für jeden Feind. Total. So, findet den Ratsraum, findet den Schmied. Macht benötigt. Äh, b, 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 b. Wom sollen wir denn überhaupt hin? Ein Krypto. Willkommen im Himmelsfest. Na gut, machen wir das als erstes. Hier gibt es jetzt ein bisschen was zu erforschen. Also hier wird nicht mehr viel passieren. Halt. Der runtergefallener Kornleuchter. Zwergische Arbeit. Das können wir auf Anliefer kennen. Ich kann das nicht. Naja, egal. Aha. Hm. Hätte er fast gedacht wie Game of Thrones, aber nein. So ähnlich sieht er dann doch nicht aus. Aber scheiße sieht er aus. Oh, der Schmied. Was mögen Sie hier unten wohl gemacht haben? Und was könnte ich hier machen? Ich habe in diesem Leben schon zu viele brennende Häuser hinter mir gelassen. Aber das hier, das wird schon. Ihr seid jetzt Inquisitor was. Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Ihr denkt, es klingt seltsam, das zu sagen. Aber es zu hören, ist noch seltsamer. Hauptsache, es seigt euch nicht zu Kopf. Wir brauchen euch bei klarem Verstand. Jetzt haben alle einen guten Grund, Koryphäes zu hassen. Das haben wir zwar auch schon vorher getan, aber jetzt hat das Kind einen Namen. Ihr seid die Überraschung, nicht er. Wir mussten überstürzt aufbrechen. Aber ihr wart in eurem alten Haus. Konntet ihr irgendetwas retten? Meinen Familienhammer. So albern es auch klingt. Es tut gut, wieder arbeiten zu können. Wie macht sich eure neue Schmiede? Sie ist besser, als Haven je hätte sein können. Die Umstände könnten zwar besser sein, aber ich schätze, wir müssen nach vorne schauen. Könnt ihr zu den Leuten, die wir in Haven verloren haben, etwas sagen? Ich habe Minave nie verstanden. War vermutlich mein Fehler. Der Rest von uns macht weiter. Das sind wir ihnen schuldig. Ihr habt uns die Chance dazu gegeben. Danke dafür. Wie ist es? Kommt ihr zurecht? Das wird schon, wie immer. Dort wäre Platz für... Keine Ahnung wofür. Hier ist genug Platz für etwas Großes. Da kommt eine Menge Arbeit auf mich zu. Ich komme später wieder. Ich werde hier sein. Na bitte, passt. Passe die Himmelsfeste an. Himmelsfeste Anpassung. So, ändere das Banner der Inquisition. Was haben wir? Ein Freien Marschall für der Welt. Dalish. Templar. Reich von Tee Winter. Graue Wächter. Ach, nehmen wir mal das Banner der Freien Marschen. Kennen wir ja aus dem zweiten Teil. So, die Betten. Da haben wir noch nichts anderes. Vorhänge haben wir auch noch nichts anderes außer Standard. Wappen. Ferelden. Allee, alles Anis Freien Marschen. Graue Wächter. Zirk der Matike. Oh, da haben wir was. Kunari hört sich nicht schlecht an. Dekor. Ist uns noch nicht bekannt. Fenster haben wir bisher nur für Ferellen und Inquisitor. Ja, das nimmt sich ja nicht viel. So, Rüstung herstellen, Waffen herstellen. Hier können wir sie modifizieren wieder. Oh, Sonderlieferungen. Das hört sich nicht schlecht an. Dolch des Drachen. Gibt es die wenigstens in zweifacher Ausführung oder nur in einfacher? D-d-d-d-d-d-d-women? Hä? Stäbe. Warte mal, einhändig. Äh, wie jetzt? Haben wir gerade Zeug eingesackt. Gut, warten wir mal. So, ist das jetzt fertig alles? Planen? Ach, Pläne. Ach, verdammtags. Na, gucken wir mal. Waffe, Waffe. Wo war der Waffenständer? Da hinten. Wellenklinge. Magier sterbt, wieder sterbt. Warte mal, hier haben wir so. Schild des Drachen, Grotschild. Nein, das suche ich alles nicht. Wo haben wir denn? Stabklinge. Nein, wir sind schon vorbei. Stab des Drachen. Stab des Drachen, Dolch des Drachen. So, sieht doch schon mal nicht schlecht aus, das Ding. So, was kann man... Ui. Der DPS ist nicht schlecht. So, Blutstein. Was macht das? Äh... Rüstungsdurchdrehung plus 13 Gesundheit. Das nehme ich. Klugheit, kritischer Schaden, kritische Trefferchance. Nehme ich einmal das Leder mit der kritischen Trefferchance. So, Klugheit, kritischer Treffer, Schaden, Verteidigung im Fernkampf. Ne, danke. Äh... Bärenhaut nehme ich auch noch mit rein. So, Gegenstand herstellen. Präziser Flinkerschnitt, also das ist mir doch bummst, wie das hier ist. So, der hat 190 DPS. Der ist schon mal besser als der Dolch des Glaubens. So. Aber wir können doch garantiert noch modifizieren, ne? Griff und Rune, okay. So, äh... Ach, das ist... Ach, das ist ein Schilde. Waffenruhen. Ne. Haben wir nicht irgendwo... Modifizierungszeug. Separat irgendwo aufgefasst. Stäbe, Dolche, Bögen, Schilde, Waffen. Ach, Bögen. Dolch, robuster Dolch, ausbalancierten... Ach, jetzt haben wir hier Dolchgriff, also ausbalancierten. Was macht das? Äh, steht nicht da. Schade. Was sieht denn schicker aus? Ich finde das hier... Zweimal Metall, okay. Vitrol, was haben wir da? Stärke? Ne, brauche ich nicht. Äh, Ausdauer, Konstitution, Stärke, 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 Konstitution, Konstitution, Schaden gegen Block. Äh, Stärke, ne, Stärke, 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 Konstitution, Rüstung, Durchdringung, das nehme ich. So. Geschicklichkeit, kritische Schriftwahl, auch das nehme ich gleich. Präziser Griff. So, Waffen modifizieren. Gott sei Dank müssen wir dafür nicht ohne was blechen. So, zwei kritische Trefferchance, vier Rüstung Durchdringung. Vier Prozent Rüstung Durchdringung, alter. So, Tränke, wir rüsten uns erstmal wieder noch auf mit, äh, Tränken, so. Und den Rest der Festung gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, ciao.